Nicht alle im Dorf können mit, ohne dass da irgendetwas passiert. Ja gut, vier können schon mal zusammen gehören. Wir sind drei, sind es noch zwei, die übrig sind. Einer ist zum ersten Mal hier bei mir, direkt am Kürsten aus. Ja, hab euch gesehen. Noch einer oben drinnen in dem Haus. Jetzt rüber hier ran. Komm mal rüber. Los! 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 Das war aufregend. Los!